Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Willkommen in einer weiteren neuen Runde von Hogwarts. Ich bin jetzt offen ein bisschen gelaufen, um einfach mal die Stellen hier, diese Portale freizuschalten, einfach mal. Und ja, mal gucken, wir können hier rüber gehen erst mal und mal schauen, wie wir was wir da machen müssen. Bei dem Portal Teil. Vielleicht kriegt man das ja auch geknackt. Sind da Gegner? Ne, die würde ich jetzt nicht haben. Wir sind mal ein bisschen zu hart auf einmal. Ich habe hier gegen mehrere Trolle gekämpft und alles Mögliche. Das war ja auch nicht leicht. Ich habe hier nicht gekämpft. Fui! So! Ähm, gut. Noch ein Gegner? So. Okay. Oh, dieser Fangkampf, der gefällt mir irgendwie. So. Ja, vielleicht steck dich dann noch weiter hinten, wa? So. Jo, irgendwie... Du magst besser sein als die meisten Schüler, aber nicht besser als ich. Ähm, wir hatten das gesagt. Protego! Hier hat doch gerade irgendjemand Blödsinn geredet. Merkwürdig. Wer hat denn jetzt der Scheiche geredet? Ähm... Gute Frage. Will ich auch gar nicht wissen. Da hinten ist jetzt schon mehr was, aber erstmal gucke ich, ob das hier lohnt. Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe eigentlich gar keine Lust darauf. Ich möchte eigentlich die nächsten Portale freischalten. Ähm, ich bin jetzt... Jetzt haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ähm... Ja, dann... Lass uns mal laufen, wa? Wo ist denn der Weg? Ja, dann... Ja. So... 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 Gut, die kriegen wir auf jeden Fall Platz. Okay. Ordentlicher Kampf, aber nicht stark, muss ich sagen, der war nicht stark, der war in Ordnung, hätte besser sein können. Und da ist auch noch was. Und da ist noch was. Mensch, ich drücke mal auf den falschen Ding hier. So, die Schafe sind jetzt wieder in Freiheit. Ein paar Gegner weniger. Und ja, das geht jetzt eigentlich so die ganze Zeit so, dass man hier nur noch am Kämpfen ist. Ich mach's mir diesen Unsinn nicht. Hey! Konfliktum! Deskultum! Ok. Hat er was? Ne, hat er nicht. So. Einer weniger. So. War hier nicht nur jemand da? Scheiße. Was war das denn? Und weg ist er. Na, das weiß ich immer gerne machen. So. 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 Der nächste Idiot. Ey ehrlich, was haben die denn hier für Tränke? So ist jetzt ein bisschen Ruhe eingeknert Die Gegner waren immer härter muss ich sagen Die werden wirklich immer härter weil immer mehr Magiere die dann auf einmal da sind und so weiter man hier ins Land geht und so schlimmer werden die Gegner war ich das Gefühl Hogwarts hat Glück dass es eine Schützzauber hat wenn du mich fragst um nochmals die ganze Zeit ich habe hier die ganze Zeit die falschen Stauber irgendwie das Gefühl ich wundere mich dass das nicht so funktioniert aber gut jetzt weiß ich warum und ich brauche bald wieder Haidränke das heißt ich muss bald wieder shoppen gehen ich muss immer über 20 Haidränke bleiben denn wenn ein Bosskampf kommt bin ich sonst im Arsch und das ist die nächste Falle hier deswegen speichere ich jetzt schon mal ab hier so gut ähm genau die Monddinger die brauchen wir Sparen wir uns das alte zerbrochene Haus da oben oder gehen wir da doch noch lang denn da wird definitiv eine Falle sein Hi Dankeschön Sie können sich ja gar nicht vorstellen wie Was passiert jetzt Die haben wir freigeschaltet Okay Ah Da unten ist jemand Wollen wir uns mit dem anlegen Ja warum nicht Schwarz Aber dazu muss ich mal runden kommen ohne mir die Beine zu brechen So da ist er ja So 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 immer schön von der Kanne So 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 Ah, da ist eigentlich nichts der Band hier, um den Arm. So, okay. 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 So. So, die kriegt gleich Platz hier. So, krass, der Scheißerlauch. Ähm, wir hatten hier noch einen Lagerhof gesehen. Hi. Hi. Oh, das ist eh lustig. So. So. Gut. Gut. Hat sich ja gelohnt, wa? Hat sich ja gelohnt. Ähm, ist hier noch irgendwo etwas, was mir irgendwie, was ich gebrauchen kann? Da eventuell? Ah, den Heidrank habe ich zum Glück wieder. Äh, wir haben ganz vergessen, wo wir hinbeuten jetzt. Ja, ich wollte ja eigentlich hier hin. Da wollte ich eigentlich hin. Keine Ahnung, was ich deren Meinung nach hier sehen soll. Hä? 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 Süpa! Waaah was mit mir hin so muss es sein ja ich bin heute etwas ruhig bin etwas K.O. so ist das manchmal aber Spiel macht Spaß Spaß macht frei keine Ahnung Spiel macht ach keine Ahnung sucht euch was aus ich bin heute total gar kein mehr ähm wir müssen jetzt weiter zum nächsten ich räume es ordentlich auf wenn ich jetzt hier rüber gehe dann lohnt sich das ja schon halb ja wir gehen jetzt mal da hin ich mach euch jetzt ich mach mit euch jetzt eine schöne Wandertour ähm da oben ist wieder so ein Teil was man so freischalten kann so da okay wo geht's dir lang da raus ach das ist ja das ist aber immer gefährlich bei dir ich erkenne ich erkenne ach das sind mir diese Teile wo ich nicht weiß wie ich die wie die gemacht werden da habe ich keine Ahnung was haben wir hier hinten sag mal ist hier wieder was genau flücken wir natürlich gleich mit und da unten war eine Schatztruhe da unten war irgendetwas ähm ja nur jetzt war's gut dann lass uns mal hier runter hier unten ist was aber dann ist man nicht lang wir gehen das hier lang ich lasse einen noch mal stehen er sieht aus wie war es als Geil in die Landschaft und womit Geil in der Kammer zu vergleichen ist es ist ja echt ich muss sagen das Geil ist einzigartig das Spiel da haben sich die Entwickler richtig Mühe gegeben auf die Menge sind zwar viele Fehler aber auf die Menge ist das fast ja nicht so 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 dankeschön du noch ok dankeschön hat euch alle in den Untergang geführt Mann er redet immer mit den Toten so einmal hier lang wir wollen die Portale freischalten weil dann sparen wir uns nicht auf Dauer wirklich die langen Wege und ähm ich wiederhole mich permanent weil ich bin auch müde von dem Tag obwohl ich ordentlich Mittagsschlaf gehabt habe heute Morgen geschlafen habe ne wer ist hier oben so erledigt da können wir nächsten Mal die Schafe in Ruhe schlafen damit sie nicht ständig Angst haben ein bisschen aufgefressen zu werden wenn die Hunger haben ich kann sie nicht selber kochen naja das Leben ist manchmal doof das stinkt doch nach ner Falle das stinkt ordentlich nach ner Falle das stinkt ordentlich nach ner Falle das Ding hier sag ich doch wo man uns das antun wir müssen eigentlich nur vor wir müssen eigentlich nur vorbei aber warum nicht das sind immer meine Level aber ich komme gar nicht rein wo ist noch der Eingang doch hier also dich ah ja das ist die ganzen Skelette hier gegen die man kämpfen muss ist das hier so eine Grabstelle ähm ja platzen wir hier ist das hier eine Grabstelle oder was was bedeutet das wenn ich das so mache okay jetzt ist ja erstmal Ruhe oh man kommt man aus freiem Feld weil dann habe ich bessere Chancen kommt komm 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 Dankeschön. Ich will eigentlich nur einen Schatz haben hier. Mehr würde ich gar nicht haben. Ich will nur diesen Schatz haben. Okay. Da. Noch irgendwoher. Ja, das ist ein Scheiß Schloss hier. Das kriege ich mal wieder nicht auf. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wow. Wie? Ich muss hier durch? Das geht? Da lang? Okay. Wusste ich gar nicht. Ist da auch irgendwie so ein Mehrdienstteil? Teil? Wort alter Magie ist das. Nee, komm. Ah, das sind die welche. Die habe ich davon gehört. Gut. Also, es ist ein wenig. Ein weniger in unserer Welt. Genau, das sage ich mir auch immer. Da unten ist aber auch schon ein Lager, oder? Ja. So. Ah, krass. So. 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 Was? So. 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 in so. 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 okay. dann gehen wir mal weiter. ist das die eine hier. ja. gut. der darf weiterleben. ist langweil sich ihm nicht nährt. darf man auch was machen. Ich muss demnächst mal gucken, was ich eingestellt habe. Da hinten ist mir eine Burg, das wird mir eine Fall sein. Hmm, das ist bestimmt eine Falle. Deswegen speichere ich jetzt mal hier. Burgen haben nämlich besonders viele, wie soll ich sagen, Gegner. Und vor allem auch Trolle, manchmal auch mehr als zwei. Das musste ich leider zu spüren bekommen. Was haben wir denn hier? Aufträge, Ausrüstung. Wir können aber in die Ausrüstung reingucken. Wir sind hier, wir sind hier bei 51. 54, nämlich weil die 54 ist besser. Das haben wir hier, wir haben das, 53. Okay. Und hier haben wir das. Wäre eh schlechter gewesen. Und jetzt ab in den Kampf. Ach, die sind oben. Ach, die sind oben. Ähm. Ich glaube, das ist oben. Gut. Äh, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber ich weiß jetzt, dass ich jetzt den Gegner wahrscheinlich gehe. Hier. So. So. Oh. Hi. So. Oh. Oh. Was? Was hast du diesmal für mich auf Lager? Was? Was? Weg esse. Weg esse. Ähm. Weg esse. Warum auch immer. Ähm. Ja, natürlich. Jetzt gucken wir mal hier. Das sind mir die Teile hier wahrscheinlich genau. Wo ich hab's mit keine Ahnung habe. Ach, da kann ich ja hoch. Da kann ich ja hoch. hoch. Okay, hat sich das jetzt gelohnt hier hoch zu gehen? Ne, eigentlich nicht. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Hat sich gar nicht gelohnt hier hoch zu gehen. Aber da ist ein Händler. Bei Wind und Wetter verdient er Geld. Okay. 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 Boah, ja. 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 Gut. Was verkaufen Sie hier? Mann, der kann ja quatschen. Sehen Sie sich um? Nimm mal alles wieder mit. So. Dann machen wir alles schön näher hier. Und wir können... Ne, verkaufen tue ich später. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal alles drin. Ne, komm. Lass mich mal jetzt hier in Ruhe. Ne, wo muss ich nach dem Weg muss da? Hier waren auch zwei Gegner. Ach, da oben auf dem Ding. Aber jetzt gehe ich nicht nur mal zurück. Das wäre zu blöd. Ich werde jetzt die weiteste Entfernung nehmen und dann langsam wieder rückwärts zurück gehen. Wo auch immer ich hier lang komme, es wird auf jeden Fall aufregend sein. Ich glaube, in Hogwarts, wenn ich wieder meinen Unterricht habe, bin ich ganz glücklich, wenn man ein bisschen mehr Ruhe ist. Und weniger Bewegung. Ich höre da jemanden. Ich höre da jemanden. Ich höre da jemanden. Ich höre da. Ich höre da jemanden. So. Ich höre da jemanden. Ich höre da mit den letzten Enden. So. Nimm mal schön in den Rücken rein. Du bist noch am Leben, ey. Was ist denn der Scheiß? Ähm, zeig dich doch mal. Wo bist du? Ey, dieser Feigling. So. Ist das denn ein Feigling, echt jetzt? Ähm, da war noch was. Das sind die Sicherheitsschlösser hier. Grün Funken bewegen. Hm. Keine Zeit dafür. Ähm, ich hab jetzt richtig gehört da tun, ehrlich. Mich die ganze Zeit um diese Schlösser zu kümmern. Das ist echt anstrengend. Ähm, weiter geht das. Wir werden auf jeden Fall bald da sein. Wir kommen auf jeden Fall an die nächsten Gegner vorbei. Eigentlich nicht, aber ich nehm sie trotzdem mit. Okay, da ist Platz. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja, das denke ich mir auch mal. So, haben wir noch alles was hier? Da ist da was. Ausrüstungsplätze. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Warte mal. Stimmt, ich bin voll. Ähm. Okay. Ja. Warte mal. Ja, ich weiß nicht was hier drin ist, aber ich werde es definitiv mal mitnehmen. Äh, wir müssen auch mich verkaufen. Ich hätte bei ihm verkaufen müssen. Hm. Mann. Gut. Inventar. Das Hammer? Das ist neu. Da nehmen wir gleich das hier. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Gut, weiter geht's. Wir haben einen schönen langen Weg, aber den haben wir auch bald geschafft. Und dann werde ich erstmal nach Hogwarts gehen. Und erstmal Pause machen. Da komme ich ja also automatisch hier vorbei. Da kann ich das gleich mitnehmen. So. Ja, dann nehme ich das gleich hier mit. Und die Gegner auch hier. Ja. Ähm. Ja. Da hinten ist was. Ähm. Blatt. Immer noch? So, Mensch. wird sich weiter hat er viel ausgehalten hat er viel ausgehalten da ist auf jeden fall wieder eine ruine die gibt es gefällt mir immer schön kämpfen Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rolator um Rolator ähm, S so so Oh, das ist die Schirmaubezaktion! Oh, komm! Komm! So, zurück! 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 ... Was? Na endlich! Den ist ein Schutzschittert echt genervt. Mensch, das war echt nervig gerade. Den konnte ich gar nicht angreifen. Gut, der ist weg. Naja, ich will einen anderen Gegner aber auch noch haben. Ich weiß, das muss ich nicht, aber das sind Pluspunkte. Ich kann dadurch einiges freischalten, und je mehr Gegner hier vernichtet, und je mehr könnt ihr auch freischalten. Töne 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 So Okay okay man da Da bin ich wieder. So. So, hallo. So. Krieg ich welche rausgelockt? So. Mal kommen. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier alles drin. Fokustrank, Maximatrank. Okay. Was ist das? Der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er dauerhaft Steinhaut bedeckt ist. So. 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 Oh. Das hat er auch nicht gebracht. Mist. Am letzten Checkpoint laden. Ich guck mal ob das jetzt drinnen ist was ich jetzt habe oder ob ich immer noch die alten Tränker drinnen besitze. Ähm. Ähm. Ach hier. Expulso. Expulso. Intendio. Protego. Du. Ach. Silvanus Leverin. Hm. Das ist ein Endgegner. Den sollte ich mir für den Schluss aufheben. Expulso. Expulso. Contrinklo. So. Expulso. 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 Hoppa. Nicht näher ran weiter weg mensch alter. Expulso. 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 So. 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 Mensch Na komm Ich wusste es So, na komm Weg da So Nee, andere Richtung Alter Ja, der klickt auf die Finger, Alter So wie ein ganzes Gewicht So Oh, krass Das ist ein Gegner Das ist ein Gegner Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht Mir auch nicht So, warum Gegner auf höheren Stufen als Du sind schwerer zu besiegen Ja Ja Ähm, willst du was So, komm Dankeschön, mehr wollte ich nicht Ich wollte ja nur freischalten Krass Das war mal ja ein Kampf Ich wollte normale Gegner So Weg mit dem Hm, der ist weg Der ist weg Ähm, ab Wir zum nächsten Portal Ähm, ich konnte es freischalten Das war erstmal mein Ziel Auch wenn ich die Gegner Ich war zu schwach Das war, ich war einfach zu schwach gewesen Man muss nicht mit mehr Donner trinken Und so weiter ankommen Oh, kämpfe mochte ich schon immer Wehe, wenn das dann Mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat Ah So 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 Okay Es ist so wichtig, um deine Fehler einzusehen Na ja, komm Du bist auch nicht viel besser Ähm Jetzt haben wir hier etwas Wir haben Drei Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Jo Wie immer, wa? Und dann gehen wir erstmal shoppen Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klar Genau Und die nächste Prüfung bestanden Super Wir wollten aber eigentlich zum letzten Portal Zum allerletzten, bevor ich jetzt meine Shopping-Tour ausnutze Ja, ja Hier entlang Okay Dann müssen wir hier hoch Ähm Ist da irgendjemand? Ach So Waren das alle? Gut Jetzt schluss mit der Wilderei Ja, sag ich auch mal Ähm, da ist jetzt Ruhe Ausrüstungsplätze wieder Ähm, was haben wir denn hier? Das hier, mach ich mal weg hier Nee, das hier, da kriegt man eh zu wenig Kohle Äh, ein Umhang Umhang haben wir hier Wir sind jetzt mal weg Wir sind jetzt bei den Und der ist erst ab Level 24 Und ich bin jetzt Wie, 24? Wo bin ich denn? 23, aber bald voll So So Gibt's hier irgendetwas? So, da ein Das ist so richtig, oder? Hm, keine Ahnung. Ich werde das auf jeden Fall mal weiterlaufen. Wir haben auf jeden Fall das Ding schon mal eingestellt und hoffen jetzt, dass wir den nächsten Gegner. Nicht einmal etwas Ruhe. So. Auf jeden Fall bei euch ja Hei trinke. Ich brauche dies, das, jenes. Okay, dann geht es hier lang. Wir sind bestimmt auch wieder Gegner. Hm, die meisten Orte hier. So. So. Ausrüstungsplätze ist mir voll. Ich muss mal gucken. Ich muss echt die jetzt rausschmeißen. Da kriege ich echt eine Menge Kohle. Wenn ich das hier kaufe, bin ich doof. 90, 90, 150. Jetzt gehe ich mal hier drauf. 60, 150. Aber der, naja. Muss ich aber behalten. So. 200 und ich bin auf 53. 90, 90, 60. 60. Okay. Ja, ja, ja. Okay, jetzt gehe ich nochmal rein. Wir haben neue Handschuhe bekommen. Wir haben diese hier und wir haben diese bekommen. Die sind aber auch schlechter. Die kann ich jetzt auch wieder vernichten, weil wir brauchen die Plätze. Okay. Okay. Jetzt müssen wir hier lang. Und das wäre eine Mehrninsprüfung. Was für eine kann ich jetzt sagen. Aber ich sehe nur das hier. Ah, da vorne ist Soyan. Okay. Jetzt haben wir das geschafft. Oh, ist das schön. Ähm. Wir gehen jetzt auf die Karte. Und gucken, weil ich hier. Genau. Hier. Nee. Ich gehe jetzt mal zu einem bekannten Einkaufsort. Äh. Ja, ich gehe jetzt mal hier hin. Da ist irgendwie auch irgendwie eine Siedlung, wo man eigentlich, wo man shoppen gehen kann. Und da gucke ich mal, ob wir da was bekommen. Ja. Ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen. Irgendwas mit Fokus. Könntest du von besserem Fokus und einer besseren Konzentration profitieren? Die Leute mit ihren scheiß Kursen, die sie einen da andrehen wollen. Die ganzen Scharlatane. Okay. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann lass uns mal jetzt hier hoch. Und ins Dorf gehen einkaufen. Wir brauchen das Zeug. Gammel! Und jetzt? Ich desse Dondergebreu. Ich weiß gar nicht, ob das auch ganz Sinn hat. Denn es hat mir noch nicht großartig geholfen, um ehrlich zu sein. Das sollte ich untersuchen. Ja, hier ist irgendwie so eine Mehrdienstprüfung. Oh, es sind wie diese Säulen. Da habe ich immer keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich gehe jetzt shoppen. Ich habe heute genug Gegner gekillt. Das muss reichen. Ja, hier bin ich auch schon irgendwie lang gelaufen. Hier ist nichts mehr. Der Urochse ist auch noch da. Ah, letztes Mal bin ich ja hier rüber gelaufen. Genau, und jetzt gehe ich hier entlang. Jetzt geht es hier entlang. Dann werden wir bestimmt auch in der Gegner finden, bis ich den nächsten Händler finde. Habe ich hier schon alles abgegrast? So. Ähm, na, ja, okay. Oh, endlich mal ein freundliches Sender. Da ist er wieder, der eine Händler, bei dem ich vorhin war. Da ist er wieder der eine Händler, die da unten lasse ich jetzt mal, weil ich will ja eigentlich nur freischalten und wieder los. Mensch, ich habe hier eine Ausdauer. Und da hoch muss ich dann. Okay. Und das soll wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Dorf sein, nicht gesehen, aber auf der Karte. Gut. Aber hier ist was. Na, was ist denn hier? Du hast schon genug von uns verwendet. Du hast schon genug von uns verwendet. Hä? 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 Oh. So. Okay. Rivelio. Nicht weiter außer diesen Bräucher. Na ja, ich bin aber auch selber schuld. Was greifen die, was greifen denn die Friedlichen an? Und dann wundert sie sich, wenn sie mal eine Backpfeife zurückbekommen. So, da ist er nicht sehr entlar. Äh, ja. Komm, 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 komm. Ich möchte gerne mit dir reden. So, interagieren. Verzeihung, Madame... ...Navarra. Bella Navarra. Kann ich Ihnen helfen? Was verkaufen Sie denn, Madame? Vor allem Zaubertrankzutaten. Okay. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ähm... Was verkaufen Sie hier? Ja. Im Gespräch kann ich immer noch danach gehen. Sehr schön. Sie werden sicher zufrieden sein. Gut. Sehr schön. Sie werden sicher zufrieden sein. Sehr schön. Sie werden sicher zufrieden sein. Gut. Danke für deinen netten Besuch. So, gibt's noch was zu quatschen? Großartig, danke. Wie kann ich Ihnen helfen? So. Ganz in der Nähe soll sich ein Sumpfkradler seltsam benähen. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, mich aber ferngehalten. Wenn möglich, lege ich mich lieber nicht mit unberechenbaren Kräften der Natur an. Okay. Haben Sie schon immer in Crackcroft gewohnt? Nein, ich bin hier geboren, aber vor Jahrzehnten nach Fiena in Italien gezogen. Ich bin gerade erst zurück. Dort gab es nichts mehr für mich und ich brauchte, nun ja, einen Tapetenwechsel. Okay. Woher stammt die Ware, die Sie verkaufen? Einige sammle ich selbst draußen auf dem Land, andere kaufe ich im Großhandel von überall aus der Welt der Zauberei. So. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Schön gemacht. Trotzdem brauche ich jetzt, was ist denn jetzt hier für ein Mehrdienst-Teiler? Och, welch angenehm. Ähm. Ähm. Ja. Ist ja gerade am Kacken. Ähm. Ja, wo ist denn jetzt dieses Teil zum Freischalten? Ach, da muss ich noch hin. Da muss ich dann noch hin. Meine Güte. Da hinten ist es am Arsch der Welt. Gut. Sie haben die Flohflammen in Crackcross gefunden. Ja. Ja. War ja auch nicht leicht. Schwer. Gut. Oh. Krass. Ähm. Hier ist jetzt ein komisches Schloss. Was? Muss ich mal gucken, ob ich das aufkriege. Also ich habe das Schloss jetzt gerade überhaupt nicht aufgekommen. Ähm. Da ist mal Bedarf auch gedeckt, um ehrlich zu sein. Gut. Mann. So. Ich habe hier noch was vor. Gut. Okay. Nehmen wir mal das mit, was draußen ist. Na? Da ist auch natürlich ein Schloss dran. Ja. Da ist der Händler. Ja, der Händler. Der Sack ist drinnen. Da hat der Sack nicht draußen. Scheiße. Da ist auch ein Schloss. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merli. Ja, das sind diese komischen Teile hier. Oder? Ne. Da sind diese komischen Teile. Was soll's. Ähm. Ich muss da shoppen gehen. Gut. Dann wollen wir mal shoppen gehen. Und zwar einmal hier. Gehen wir erstmal shoppen. Wow. Was ist denn hier los? Ich komme hierher. Und dann geht die Party gleich los. Okay. Ähm. Was ist denn das hier für nicht als Kampfmusik? Ich verstehe. So. Klingo, getultet! So. Was waren das hier gerade von der Monstik? Von der Erdbeben und dies und das und jenes. Ich wollte eigentlich nur shoppen gehen. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Naja, würde sich verlangeweilen, langweilen, wa? Kommt ihr da-da-da-da? Ich möchte dann ja nicht sagen reden. Suchen Sie nach etwas bestimmten? Ja, nach Tier. Ja, das wird Ihnen gefallen. Ja, was nicht jetzt schon? Okay. Oh, das wird Ihnen gefallen. Garantiert. Ich nimm dich gleich mit auf mein Zimmer. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich beenden Sie mich bald wieder. Ähm. Dankeschön. Äh, nehme ich auch mit. Ausrüstung. Ah, ich kann keine Tränke mehr aufnehmen. Super, aber einen Schal kann ich mitnehmen. Der zwar nicht stärker ist als das, was ich habe, aber egal. Ähm. Gut. Weiter zum nächsten Ding. Ich bin hier. Das nächste Dorf zum Kaufen, beziehungsweise Verkaufen. Was ist das hier? Ort alter Magie. Ähm. Reiß ich jetzt ein. Jo, und wo ist das mal? Ja, ich will shoppen gehen. Hi. Was haben wir denn da noch? Krass. Und da liegt auch mal was. Ich hab dir ja gerade irgendwelche Papiere abgenommen. Ich wüsste wohl nicht warum, aber... Aber welchen sein sollen wir uns weg haben, oder? Äh, ist das ein Händler? Bestimmt. Mein aufrichtigen Dank. Das war sehr tapfer. Gut. Ich brauche aber eigentlich einen Händler. Eigentlich brauche ich einen Händler. Ähm. Da sind irgendwo Gegner sein, aber ich sehe jetzt keine da. Was ist hier drinnen? Ja. Ah, da ist so eine Truhe. Das ist schön. Ähm. Die Tür ist zu, auch ohne Schwarz. Okay. Na klar, wo war ich denn jetzt gelandet? Ähm, jetzt geht's weiter. Ich brauche einen Händler. Da gehe ich gleich mal hin. Ich brauche einen Händler. Händler? Ja. Das habe ich jetzt gelandet. Ich nehme alles. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Gut. Ich kann denn immer so schnell und so viel alles haben. Freie mich. Ich räume ihn schon die ganze Zeit leer. Und Mondsteine habe ich ja nun auch immer als genug. Aber gut. Was man hat, hat man. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Eigene Tränke kann ich ja in die O-Präume. Wenn ich mal wieder in der Zauberstunde bin, muss ich das definitiv machen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ja, danke. Und dann werde ich erst mal gucken. So. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Boah. 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 Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Was ist das eigentlich, wenn ich unsichtbar gegen diesen alten Gegner kämpfe? Reduziert. Ach so. Ähm. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Äh. Zaubertrank, der die Verteidigung über das Trinken erhöht, indem er dauerhafte Steinhardt bedeckt. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Okay. Wer kann ich auch nicht? Dann bin ich froh. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Jo. Auf Garantie, ne? Was immer die Ware, die ich brauche. Krass. 23 bin ich. Das ist ein ordentlich. Karte. Weltkarte. Ähm. Ich gehe jetzt mal hier hin. Hier ist auch noch was. Ah. Muss ich mal gucken. Mal später. Ja. Ich habe total fast so weit wie möglich offline freizuscheiden. Ähm. Heute habe ich mal ab und zu mal einmal online gemacht. Ja komm. Ähm. Ja. Ich will eigentlich. Ich will eigentlich. Niemand wird es mehr wagen, sich gegen mich zu stellen, wenn ich einen Inferius herbeirufen kann. Necromantie ist äußerst komplexe Magie. Okay. Ich wollte eigentlich zu diesem einen Händler, der da vorne steht. Rein blütiger als würdig. Es ist auch nur kleiner, laufender Zauber Nazi war. Ich will doch wieder mal in die Richtung gucken. Dann gehe ich mal in diese Richtung. Mal gucken. Zurück oder geh ich jetzt, äh, lauf ich jetzt eigentlich weg oder zurück? Ich weiß es nicht. Ähm, weil wie gesagt, ich weiß es nicht. What, alter, Magie. Das haben wir noch gar nicht freigeschaltet auf der Seite. Mache ich aber heute nicht mehr. Ich gehe jetzt hier rein. Ähm, große Halle, Gemeinschaftsraum wäre ganz gut. Wo ist der Gemeinschaftsraum? Da will ich eventuell mal rein. Seitenflügel, Gemeinschaftsraum, da will ich hin. Genau, da will ich hin. Weil ich möchte zumindest eins noch abgeben. Uns fehlt noch ein einziger Schlüssel. Dann haben wir auf jeden Fall diese Hausmarke, den Pupster von Gryffindor. Ähm, definitiv drin. Aber da muss ich erst mal heinkommen. Gut. Da will ich hin. So. Die Herausforderung mit deidalischen Schlüsseln läuft gut. Ja, eins fehlt noch. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. So. Das ist die letzte Hausmarke. Mal sehen, was drin ist. Doch, ich habe schon alle. Cool. Das gefällt mir, ja. Das gefällt mir, ja. Nichts drin. Ähm. Ja, irgendwie ist da nichts drin. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Auf den Spaß und tschüss.